Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video, meine Freunde. P.A. Spots mitteilt seinen Kontostand, man. P.A., wir wissen, dass es bei dir läuft. Du hast Label, du hast krasse Künstler, da musst du doch nicht mit deinen Kontostand flexen, man. Wir wissen, dass du flexst doch mit deiner Lyrik. Heutzutage nur noch Gucci, Mucci, Louis Vuitton und die ganze Scheiße, man. Ihr seid doch Rapper, man. Ihr seid doch keine Modi-Designer, man. Früher war es nur, ich bin der Rapper mit den krassesten Skills. Heute musst du Louis Vuitton tragen, das ganze Scheiße, man. Über den Bus kommt noch in der Zeit, wo Rap-Skills geflext hat. Und nicht irgendwie mit so einer Scheiße. Ich habe Gucci und so eine Kacke, man. Der bezieht dich mal mit was Neuem. Das ist jetzt zum nächsten Thema, man. Ufo hat sich eine neue Uhr geholt. Ufo, man. Du hast doch alles. Ufo 361. Du hast doch jeden Scheiß, man. In deinen Videos mit den 500. Ich kann es verstehen. Man muss flexen, wenn man hat. Wenn man früher nichts hatte, kann ich verstehen. Mach du deinen Boss auch. Aber das ist jetzt mit der X, nur das X-Auto. Das ist doch irgendwann langweilig, Ufo, he. Nur ein Boss kann das nicht verstehen, man. Und mach mal mehr aus deiner Lyrik, man. Immer diese Hux, man. Ufo, du musst dich weiterentwickeln. Auch mit deinem Data Latter, du musst dich auch weiterentwickeln. In diesem komischsten Song, Bentley, wo er rappt. Ja, ich kenne Bentley mit Geld. Wow, super. Und das sind jetzt mit fünf Albenfilmen. Zeitverschwendung. Okay, meine Freunde. Das war's mit dem Film. Das war's mit euch.